ein neuer tag ein neuer booster folge 1151 hallo und herzlich willkommen so was haben wir denn hier heute memoria von atoraxia die erste karte die haben wir aber auch schon in holo sehr schönes artwork nach wie vor tafelrunde von gloria dann die gedankenmauer haben wir im letzten booster pack als holo karte gehabt schuld und sühne arthos todeslord der vergeltung auch ein starkes artwork flügelmann von armala dann haben wir einen finsternis zauberstein eine resonator spielmarke typ bestie sieht auch sehr nice aus dann zauberstein des stürmischen himmels als rare karte und unsere holo eine super rare erweckung des untoten lords haben wir aber auch schon gezogen bedanke ich mich wieder fürs zuschauen hoffe es hat euch gefallen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns und 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 Untertitelung. BR 2018